hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen folge cross out spaß hier seht ihr meinen super schweren motorischen breaker der ist mit hand weg den hatte ich gestern zusammengefummelt nachdem wir levy zivil gespielt haben tatsächlich und ja der soll einfach relativ viel aushalten und an den levy dran fahren den levy busy ablenken damit unseren levy spaß haben kann dazu auch der flash obendrauf ihr seht also sind wenig kühle drin ich kann nicht viel schießen aber der flash ist ganz gut damit der gegnerische levy nicht so krass schießen können und ja da haben wir es versucht weil wir haben gestern wie gesagt leviathan klan war gemacht und es ist doch was ganz anderes als normaler klaren wo alle klaren wo machen wir ja immer mehr als die woche leviathan klaren wo hatte ich nur ganz selten bisher gemacht aber ich muss sagen ich finde es ziemlich witzig allerdings sind die bilds die man da braucht komplett anders wie die normalen klan board bilds also mit den normalen bilds kommt mir da gar nichts reißen deshalb habe ich hier so einen dicken breaker gemacht damit er einfach bisschen aushält und mit dem flash den leviathan sie nerven kann und das hat auch einigermaßen funktioniert aber wir müssen noch weiter optimieren es waren viele redshare da zum beispiel unterwegs das war auch interessant redshare sieht man ja man sieht so auch im normalen klan war aber die sind meistens recht schnell entwaffnet aber im levy klan war ist doch redshare so ein ding würde ich sagen da waren teilweise teams mit einem levy und drei kleine redshare autos dabei das war ziemlich ungünstig für unsere leviathan dann autos mit flash also einfach drei flash drauf zwei autos die dann unseren libertan in die zange genommen haben dass der fast nichts machen konnte sehr interessante bilds auf jeden fall sehr interessant ganz andere spielweise ich freue mich auf nächste woche vielleicht nehme ich dann sogar mal ein bisschen auf schreibt mal runter ob ihr übelst gerne leviathan cw spielt aber vielleicht nehme ich auch erst in zwei drei wochen auf denn wir sind immer noch der fiendungsphase so wir versuchen gerade noch die levi team zusammenzustellen aber unser levi war ganz gut die feuerkraft war stark und ich habe mir dann auch noch einen anderen gebaut bzw habe ich ein bild geschickt bekommen und den dann bisschen geändert und mit den waffen bestückt die ich halt so im arsenal habe kann ich dir mal zeigen der fährt gerade los so sieht er aus in dem ursprungsbild waren vorne mal zwei mastodon drauf aber ich habe natürlich keine mastodon aber ansonsten habe ich alles und ihr seht es auch ich habe wieder redshare ich habe wieder redshare am start ja so einfach weil da echt gestern viele redshare rumgefahren sind und ich bin immer gespannt wie es aussieht wenn ich auch so eine redshare karre habe ich habe auch incinerator genommen habe mir so ein dickes incinerator auto gebaut allerdings war die levis immer sehr schnell ich habe ihn zwar angebrannt aber der ist einfach durchs feuer durchgefahren und dann habe ich natürlich nicht zu viel schaden gemacht was cool war wenn wir es geschafft haben den gegnerischen levi irgendwie kurz aufzuhalten dass er steht wenn ich dann mit dem incinerator eingebrutzelt habe dann als richtig viel schaden gemacht das problem ist nur das incinerator das hat auch nicht so viel ausgehalten jetzt hier der breaker der hat halt doch der hat sehr viel leben und ist noch ziemlich basic so weil der so ausladend ist zum space armor und dadurch lebt er halt relativ lang wenn er vom levi beschossen wird ich habe den jetzt noch ein bisschen geändert habe vorne hermit dran damit der flug so am boden ist weil unser levi wurde manchmal gewetcht und das war echt mies dann sauer und dann sagt man die habe ich gewetcht mit ihrem kleinen auto so wie eine riesige levi bin das war echt tragisch das zu sehen wenn unser levi gewetcht war und dann habe ich mir auch mal so ein wedge dran gemacht beziehungsweise diese schwere flugzeugflug da vorne der zugflug da vorne der war schon dran der saß nur ein bisschen höher und vorne war noch mal so space armor diese flugzeugtüren da flugzeug seitenteile die ich hier in der mitte jetzt habe die waren vorher vorne dran so in der luft als space armor und die hatte ich jetzt mal weg gemacht und habe den freigesetzt der ist aber immer noch nicht so optimal der bild der flash ist halt gut für den levi und komischerweise hat der flash auf dem auto echt lange gehalten immer versucht den flash runter zu schießen aber es ging ganz gut ja mies war dass die gegner teilweise viel mehr flash hatten also die kamen dann mit zwei so triple flash autos und wenn die da den levi in die zange nehmen dann steht er halt und wenn die dann noch einen incinerator dabei haben und plus ihren eigenen levi wow dann ist echt eine miese taktik wenn der levi steht und der incinerator brutzelt drauf ist richtig heftig aber redscher genauso redscher schießt auch gut die waffen runter deshalb ich bin sehr ich bin so gespannt auf nächste woche es wird hart aber es macht bock und ich habe mein zehntes ikarus gebaut zack das heißt wir können jetzt mal mein bild umbauen bei autos musste ich ja nichts machen aber mein war so ein bild den habe ich vermisst und mir ist ja schon aufgefallen wie ich den wohl verbessern kann und das machen wir jetzt können einfach hier diese platte abnehmen da noch eine düse dran klemmen ich bin mal gespannt da müsste er eigentlich direkt schon wieder fliegen jetzt ging doch letzt was ist das jetzt warum geht es nicht ach hier das war es schon jo ich hab ne aurocha verkauft geil was fliegt immer nur nicht ganz mist ja gut die teile die ich abgemacht habe die kann ich jetzt hier dran machen das waren ja die guten minivan panels die dürfen übrigens auf kein hofer fehlen es geht nicht ohne minivan panels habt ihr kein hofer so warum klemmt das teil da eigentlich dran warum klemmt es da nur so dran wenn schon dann muss es doch auch hier drüben dran klemmen wenn schon dann denn schon gell da muss es überall drücken ja komm das kriegen wir hin mal ein bisschen weniger leben aber wir haben ein hafer mehr alles sollte wunderschön sein das ist die frage gell ich guck mal ich kann ja jetzt testen ja ich hab die falsche steuerung erst mal gucken reicht das ha immer noch nur 80 verdammt das wurde ich schon ganz gut gewicht abgebot beleg halt ob ich hier oben an die screen herangehen soll die sind halt noch sehr schwer sonst finden sich hier gar nicht so viele schwere teile sind ja wen fliegt der jetzt 80 Na, die Steuerung ist doch Müll. Achso, ich habe gesehen, es haben Leute geschrieben wegen dem Dings. Wegen der neuen Steuerung, dass die so nervig ist. Also ich habe meine Hafersteuerung so eingestellt. Jetzt seht ihr hier, ich habe relativ zum Fahrzeug spiele ich. Bewegung rechts, links, nach hinten schauen, habe ich mir auf Steuerkreuz gesetzt. Allerdings ist das, ja, ich sehe, ich sehe, wo euer Problem ist. Das Problem ist, dass Bewegung rechts mit nach hinten schauen zusammen ist. Das bringt die Haferleute immer total aus dem Ziel raus, das ist echt kacke. Und das Problem ist, selbst wenn ihr Bewegung rechts jetzt woanders hin macht, ist es trotzdem mit hier. Bewegung links umsehen, Bewegung rechts nach hinten. Also das ist doch Müll. Das Einzige, wie ihr das echt umgehen könnt, ist, wenn ihr hier diese neue, ich habe wahrscheinlich dann Sideway oder die alte Steuerung eingestellt. also wenn ihr hier relativ zum Fahrzeug macht und in der Benutzeroberfläche fixiere die Kamera auf den Sichtbereich und das hier drin habt, diesen Haken, dann ist es egal, dann könnt ihr nämlich mit dem linken Stick einfach links und rechts nach den Seiten fliegen und dreht euch komplett mit dem rechten Stick. Mal fixiere die Kamera auf den Sichtbereich, habe ich nicht. Jetzt muss ich mal gucken, ich bin gerade selber verwirrt, haben die da auch wieder was geändert? Warum fliegt denn der jetzt nicht los? Achso, weil ich es hier nicht eingestellt habe. Also ich gebe jetzt kein Gas, ich drücke nach vorne, der fliegt nach vorne, ich drücke rechts, der fliegt rechts, ich drücke links, der fliegt links. Und wenn ich mit dem rechten Stick das Auto drehe, dann dreht sich's. Wenn ich jetzt Steuerkreuz links drücke, kann ich nach hinten schalten. So. Und dann habe ich es so eingestellt, dass sich nach hinten die Steuerung genauso fliegt wie die nach vorne. So, damit ich da jetzt nicht anders drehen muss. Weil wenn ich manchmal hänge, dann drehe ich die Kamera und fliege dann rückwärts. Irgendwie habe ich es auch schon mal geschafft, die Kamera so an die Seite zu hängen. Ne, der dreht sich immer. Der dreht sich halt dann, wenn ich den rechten Stick so die Kamera drehe, dreht sich das Fahrzeug halt immer mit. Also so wie bei Battlefield glaube ich. Ja, Battlefield ist auch so. Halo glaube ich sogar auch. Ich habe so lange kein Halo mehr gespielt. So. Jetzt wollte ich aber nur was gucken, ich habe da hier ein bisschen umgebaut. Ich muss noch mal gucken. Also ich glaube so ist der Hafer besser geschützt. Wenn ich mich hier so vor den Stell. Äh. Jo. Jo. Jo, da muss ich es so machen. So. 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 Hier vorne. Okay, wo hände ich noch was? Ich habe mich irgendwo so einen fetten Klotz einfach reingelegt. Hier sind halt die Klötze, aber die würde ich ungern raus machen. Da ist schon nur ein Bus-Panel. Rechte Flugzeugflügel. Wo muss ich denn hin? Ich muss mal gucken. Betragfähigkeit habe ich genau 15.000. Okay, dann muss ich hier noch... 246. Das ist relativ viel. Für das, dass ich keine schweren Teile eigentlich mehr verbaut habe. Das wären halt hier vorne die zwei Dinge. Das würde nicht mal reichen. Krass. Das wären nur 14 Kilo. Oh, schwierig. 71. Ich dachte, das klappt jetzt mit denen. Das ärgerlich, dass es damit nicht klappt. Das wäre perfekt gewesen. Ich bin halt echt am überlegen, ob ich hier an die Screener rangehe. Aber die sind eigentlich ganz cool an der Seite, damit die sich nicht so überdrehen. Die Wachen. Wenn ich zwei Screener weg mache, kriege ich dann die defensive Grenze dahin. Ich hätte schon nämlich gern was davor. Das ist nur ein ganz bisschen zu viel. Nur noch 100 Kilo. Aber so ein Screener hält halt mehr aus und wiegt wenige. Ich muss die überlegen, ob ich einen Screener einfach hinlegen sollte. Okay. Hm. Ich glaube, ich lege einen hin. Dann habe ich die 85. Ich bin zwar 30 Kilo drüber, aber es reicht trotzdem, dass ich meine 85 schaffe. Ja, also ich muss immer Steuerkreuz rechts drücken. Das ist ganz gut so. Ein bisschen weniger Leben hat der Baronierer. Oh Gott, er führt ja zwei Havel mehr, was eigentlich ganz geil ist. Ich glaube, da gibt es noch eine bessere Möglichkeit mit den Stoßstangen. Ich meine, ich habe auch noch zwei Teile. Ich könnte auch zwei leichtere Sachen hinmachen. Gibt es noch? Ah, für zwei Stanzer reicht es nicht. Das Ding ist auch zu schwer. Die sind schon recht schwer, die Stoßstangen. Zwei Schinder könnte ich hinmachen. Geht das? Na ja, 84 ist auch nicht so schlimm. Wenn ich vorne noch das Ding abmache, geht es glaube ich sogar. Ob die störend sind? Ich glaube nicht. Jetzt könnte ich den Zacken halt vorne noch abmachen da. Ich glaube, den brauche ich eh nicht. Da müsste es eigentlich gehen. Jo, 85. Ich glaube, dann mache ich es so. Ich denke, das ist mir lieber als so eine in der Mitte. Ja, so ein Problem ist aus Farbe dran. Die Position ist noch ein bisschen variabel. Vielleicht ende ich die noch. Aber ich glaube, so bin ich ganz glücklich damit. Dem Varoniere. Und dann hat er auch... Eigentlich ist es jetzt der Varoniere 2.0, gell? Beziehungsweise... Nein, das mache ich. Das ist der Varoniere V2. So, krass. Ein Bild umgebaut. Wird für das Clan-Gefecht verwendet. Wahnsinn. Aufkleber wären noch nice. Aber ihr habt gesehen, wie lange ich brauche für einen Aufkleber. Ich lasse es lieber. Das ist zu wild. Aber wir zucken noch eine Runde. Mal gucken, wie viele Hafe herumfliegen. Also gestern habe ich ganz wenige Hafe herumfliegen sehen. Spannend, wie es jetzt ist. Aber ich kann wieder fliegen. Ich habe die Varon. Mal sehen, ob ich noch Chancen habe. Aber eigentlich 10% Schaden sollte verkraftbar sein. Ein bisschen weniger Munition. Das ist der Boden auch nicht so schlimm. Das ist die langsamere Schussrate. Das ist sehr abschissen. Aber ich bin die Schussrate gar nicht so sicher. Warum war er immer dazu da, um die Leute zu nerven. Ich bin die Gegner und ich glaube, das kann ich immer noch. Auch mit 299 Schaden. Das ist trotzdem ordentlich. So Brüder, habt ihr viel Hafe? Kann ich euch vernichten? Mein, der ist eh nur 85 geflogen. Das Gute ist, die Nova hat noch genug Tragkraft, was halt... Zum Maximalgewicht habe ich eh noch frei. Tragkraft war ja das Problem. Deshalb ist es ein bisschen tragisch. Und bei dem ist es auch tragisch, dass sie da die Tragkraft weggemacht haben, weil die nicht so schnell war. Das war unfair. Ich bin extra nur 85 im Hafe geflogen, weil ich es unfair fand, 95 zu fliegen. Und jetzt habe ich trotzdem auch... Ich habe sie bei mir auch reingeschissen. Und die kleinen Schlimmen, die können noch fliegen. Also wenn ich mir jetzt was mit Catalina bauen würde, könnte ich auch noch fliegen, weil Catalina einfach nicht so krass ist. Oh, das ist doch immer noch mies, ey. Ich habe den schon wieder auf die Kabine geschossen, da. Oh nein! Oh Gott, ein Skinner Yomogandr ist an mir dran. Was für eine Kacke. Skinner Yomogandr. Ja! Da habe ich zu viel im Zielrohr geschimmelt und nicht gemerkt, was hinter mir abgeht. Skinner Yomogandr. Das war ein krasser Yomogandr. Das hat voll viele aus. Ich glaube Yomogandr ist auch wieder besser geworden. Also, Huffer sind völlig nutzlos, ich habe keine Chance mehr. Ja, natürlich nicht. Das war irgendwann Pech. Das war voll dumm. Ich habe den typischen Fehler gemacht, was die Leute machen, die das erste Mal Raids spielen. Einfach die ganze Zeit im Zielrohr geschimmelt, ein bisschen rumgeschossen. Völlig die Map aus den Augen gelassen. Das Glück passiert es im CB nicht so oft, weil der wird mir dann angeschrien. Es kommt, die halten am Abend. Hier hatte ich einfach keine starken Teammates, die mir die Leute vom Arsch gehalten haben. Der hat doch bestimmt auch eine Wairon, oder? Die heißen schon. Warum? Wairon. Snap-Comic. Okay, diesmal passe ich auf, diesmal lasse ich mich nett von so einem Miesling holen. Aber ich schieße dafür alle weg. Okay, da kommt schon einer angeheizt. Da kommt mir jetzt einer gefahren. Zwei wahrscheinlich sogar mittlerweile. Nein, die haben auch eine Guide, dude. Jetzt bin ich mit dem Bot hier unten. Das könnte extrem gefährlich für mich werden. Ich habe auch eine Nova und ich schieße ihn auch noch weg, ich trottel. Oh nein, hier oben ist einer, ich sehe es. Ich will dem dann das Cyclone runterschießen, wie ich es einst gemacht habe. Obwohl, da ist die hier auch noch geändert. Okay, die haben auf jeden Fall das Aiming schlechter gemacht, ich treffe nichts mehr. Ich schieße für loserhafte, kacke. Den schieße ich weg. Lass mich in Ruhe. Jawohl, mein Breaker beschützt mich hier, oder? Jo, der ist der Letzte. Ja, aber es schießt echt ein bisschen langsamer. Ich muss mich wieder an den Flow gewöhnen. Ich hatte das schon drin, so. Den Flow, wann ich loslassen muss. Und der ist gerade ein bisschen weg. Deshalb schieße ich auch so schlecht. Aber gewonnen! Jetzt kann ich aufhören. Jetzt war es nice. Ich habe gewonnen. War nicht ganz so schlecht. Ich war Teil des Teams. Boah, gestern hatte ich so eine tragische Runde. Da habe ich ja auch ein bisschen rumgespielt hier. Dann war ich kurz Erster mit 48 Punkten. Boah, wir sind so zerstört von meinem Team. Mit 48 Punkten Erster. Ich habe gerade so Punkte gekriegt. Wahnsinn. Und ich glaube, die anderen hatten alle unter 40. Und die Gegner, die haben so aus dem Leben genommen. Weil ich habe so gedacht, boah, ich war mir schlecht. Ich habe hier gar nichts hingekriegt. Ich wurde direkt so aufgewetscht und niedergemacht. Und habe halt noch ein bisschen auf einen geschossen. Da habe ich gedacht, boah, das war gar nichts. Und dann sehe ich so 48 Punkte Erster. Das war so gut. Oh, da habe ich da hart auf den Sack gekriegt. Keine Ahnung, was wir da veranstaltet haben. Aber es war gar nichts. Naja. Und eben war ich wenigstens Teil des Teams. Das seht ihr. Ich war eben vorletzter. Ich glaube, ich war fünfter bei unserem Team. mit 370 Punkten. Das ist jetzt nicht so vieles. Aber ihr habt gesehen, hier waren doch wichtige Teile des Teams. Aber am Ende zählt nur der Sieg. Wenn ihr hier in den Verlauf guckt, da steht ein Sieg drin. Und alles ist gut. Fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Crossout Spaß. Tschüss. Tschüss.